Hallo liebe Modellbaufreunde, alle die es werden wollen und all die anderen natürlich ebenfalls. Zunächst möchte ich mich mit diesem Video herzlich bedanken für die 500 Kanalabonnementen, für wieviel Klicks, Kommentare und auch Bewertungen. In diesem Video möchte ich Ihnen eine einfache, kostengünstige, aber sehr schöne Möglichkeit aufzeigen, wie Sie ein Flussbett gestalten können. Als erstes benötigen Sie einen möglichst wasserdichten Behälter. Diesen füllen Sie etwas mit Sand auf. Quarzsand oder auch Sand, der für den Spielkasten verwendet wird. Formsand ginge ebenfalls. Gestalten Sie nun mit dem Sand das Flussbett. Hier müssen Sie natürlich gespiegelt denken, also alle Vertiefungen, die Sie einfügen, werden später dann eine Erhöhung darstellen und umgekehrt. Die Ufer sollten immer gut überstehen, falls Sie später den Bach mit Kunstharz auffüllen wollen. In der Mitte des Flussbettes könnte man so also Felsen hervorstehen lassen, sprich eine Vertiefung im Sand einfügen. Nun könnten Sie mit Gipsresten, Steinen, Geröll, Kieselsteinen etc. die Oberfläche gestalten. Kleine Felsstücke stecken Sie dazu einfach in den Sand, sodass noch ein kleines Stück sichtbar ist, beispielsweise leicht schräg. Dann Geröll oder feinen Kies oder ähnliches einfach aufstreuen nach Lust und Laune. Passt alles so weit wie gewünscht, rühren Sie nun Gipsen. Dieser sollte aber relativ flüssig angerührt werden. Sie könnten später nach Aushärten auch eine weitere Schicht auftragen. Soll es für den Außenbereich oder zum Beispiel für Terrarien sein, könnte man natürlich genauso gut Fliesenkleber oder ähnliches als Gießmaterial verwenden. Lassen Sie das Flussbett ruhig etwas sozusagen selbst entstehen. Es soll ja so natürlich wie möglich aussehen. Ist der Gips eingegossen, könnten Sie Sand aufstreuen. Dies ist aber nicht unbedingt erforderlich. Ist der Gips nun ausgehärtet, das Flussbett herausnehmen und mit einem trockenen Pinsel abbürsten. Danach eventuell auch mit Wasser den restlichen Sand abwaschen. Das Flussbett herausnehmen und mit Wasser in der Flussbett herausnehmen und mit Wasser in der Flussbett herausnehmen. Bei diesem Modell habe ich ein Loch in der Mitte. Dies könnte man entweder mit Gips aufgießen oder die Rückseite einfach abdichten. Da sollte man bei der Sandmodellierung eben darauf achten, dass dies nicht passiert. Genauso gut könnten Sie aber auch den Sand zuerst anfeuchten und dann gestalten. Dies hat Vor- und Nachteile gegenüber trockenem Sand. Probieren Sie einfach aus, mit welchem System Sie besser zurechtkommen. Brechen Sie sozusagen auch den Sand, also so, dass Risse entstehen. Damit erhalten Sie interessante Oberflächen bzw. auch Felsen. Das Modell nun kolorieren und begrünen. Auch Baumstämme, die im Fluss liegen, sehen immer interessant aus. Den Sand könnten Sie durchsieben und weiterverwenden. Auch die herausgesiebten Teile könnten Sie ja für das nächste Flussbett verwenden. Allerdings muss zum Sieben der Sand trocken sein. Natürlich gibt es wie immer im Modellbau viele Möglichkeiten, so etwas zu gestalten. Dies ist nur eine der Möglichkeiten. Aber wahrscheinlich einer der einfachsten und günstigsten. Mit dieser Technik können Sie natürlich nicht nur ein Flussbett, sondern auch Seen, Teiche, Sümpfe oder Felsen gestalten. Wenn Sie jeweils kleinere Teile bauen, könnten Sie später durch stufiges Einbauen in die Landschaft auch zum Beispiel Wasserfälle gestalten. Der Bachlauf könnte zum Beispiel auch um die Ecke oder Schräglau. Da haben Sie viele, viele Möglichkeiten bei der Gestaltung. Nun wünsche ich Ihnen sehr viel Freude beim Nachbauen. Ihr Manfred Amend, Menta Modellbau. Und nochmals besten Dank für die 500 Abos.